so ich wollte euch heute mal zeigen wie ich beinahe wetten dass gewonnen hätte mit dem schreiben hallo welt das kann jeder jetzt wird es schon ein bisschen komplizierter wenn man das so schreibt und zwar mit links das heißt auch hallo welt aber man so schreibt das könnte noch sehr weniger das heißt auch hallo welt